ein wunderschön guten morgen es ist 8 u 33 18 der januar sprich dienstag 2022 und wir haben direkt ein trade nämlich ein big number trade so und mein name ist carlos martin zu hören uns live aus dem traders club trading raum wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor und wir haben die erste falle im dax platziert und zwar bei 15.900 wir haben ein gap das ist eine kurslücke diese kurslücke ist hier von gestern gestern war feiertag in amerika war nicht so viel los heute sind sie alle wieder dabei der daily pivot hier noch mal auch für lucas wert berechnet vom vortag hochtief schlusskurs durch drei und wenn wir unterhalb des daily pivot sind tendieren wir eher short sind wir oberhalb haben die käufer das rudern an der hand aber momentan sieht es eher ruhig aus daily pivot ist ein gutes stichwort denn das ist tatsächlich der erstes tech profit das wird unser ziel sein bis dahin daily pivot meistens geht der markt läuft der markt hier hin und fällt immer zurück falls der markt weiter nach oben läuft wissen wir alle club mit dir da ist die nächste marke die 50er zone die ist circa hier das heißt tech profit 1 tech profit 2 das kommt immer darauf an wie schnell der markt denn tatsächlich den daily pivot überwindet wenn es nach unten gehen sollte ist ganz klar definiert heute auch beim 100 prozentiger retracement ist das ziel erst mal hier zwischenziele sind vola boxen und so weiter und so fort so wir bleiben jetzt beim gut old german dachs und schauen uns mal den nachmittag an vormittag waren wir live dabei was war am nachmittag wir sehen es hier ganz ganz wenig los und ich habe davor gewarnt feiertags stimmung am nachmittag finger weg falls jemand dort in irgendeinen hedge gekommen ist das war der trade den wir gestern gemacht haben ja wir haben die spitze hier gut erwischt dann ist er wieder zum daily pivot runter gelaufen dort wieder wie im meeresboden unten wieder abgestoßen nach oben und ja das war der vormittag gestern schauen wir auf die vola boxen das sind die grünen boxen und hier ist das wichtigste glaube ich erst einmal wo kommen wir hier rein 15.860 ist der vorkast also 15.860 wo sind wir aktuell bei 15.900 das würde bedeuten wenn der kurs bei 15.860 landet dann gehen wir nochmal auf diesem anderen chart 15.860 dann hätten wir hier die box 15.860 zu 45 das heißt der start wäre dann direkt hier bei 60 und das wäre dann auch jetzt schon unsere zielmarke die ziehen wir jetzt ein bisschen hoch auf 60 da kommt die vola box sind und das ist auch unser gewinn ziel und da würde ich auch heute meine damen und herren größeres risiko dann eingehen wollen und das heißt wir gehen starten ganz entspannt bei 10 das heißt bei 0,5 0,5 das risiko das sind schon mal voreinstellung falls wir dort unten heute in richtung süden laufen ok jetzt gehen wir wie immer jeden morgen einmal in die großwetterlage und wir fangen an bei die dax ganz oben in unserer liste so daily sind wir oberhalb des gleitenden durchschnitts luka oder unterhalb oberhalb sehr gut also long vier stunde guck mal vier stunde guck mal der kurs aber so schaut mal der kurs ist unterhalb des gleitenden durchschnitt das ist der gleitende durchschnitt und der kurs ist darunter also sind wir long oder short short eher also und darunter auf stunde sind wir short auf 30 minuten sind wir short auf 15 sind wir short auf fünf minuten short also nochmals zusammengefasst daily long alle anderen zeitebenen ab vier stunden sind wir short das heißt tendenz wenn wir die haken machen ist ein grüner haken long und alle anderen haken sind rot also tendenz heute eher short für den dax aktuell aber das kann sich noch alles ändern das ist ja hier rubrik kaffeesatz leserei also gold lukas sind wir oberhalb oder unterhalb des gleitenden durchschnitts die blaue linie genau die blaue linie ist der gleitende durchschnitt sehr gut jetzt lasse ich dich auch in ruhe vier stunde long stunde sind wir short ja die kerze hier ist darunter 30 short 15 short und fünf sind wir auch short also hier ein bisschen unentschieden den will ich eigentlich lieber überspringen aber daily all time high wir sind hier raus so entweder gibt es hier den sogenannten abschiedskuss oder er geht weiter nach oben und wohin könnte der markt denn hier laufen wir haben ja wenn wir mit fibonacci arbeiten macht das mal so dann ist das das sogenannte 100 prozent wir haben die bewegung nach unten gehabt wir haben die gegenbewegung gehabt und die nächste zielmarke ist bei sage und schreibe 91 da sollte der markt dann zack nach unten gehen aber schauen wir mal was haben wir in der vergangenheit wie sah es dann in der vergangenheit aus ich mache das ein bisschen kleiner dann sehen wir in den jahren von 2018 war das hoch bei 76 da sind wir hier rausgebrochen das war der breakout 76 ja wir sind jetzt oben 123 jetzt gucken wir mal wie der ölpreis nach oben läuft also da sind wir long nächster markt technologie börse nasdaq reinziehen zack nasdaq auf daily basis sind wir short ja wir sind also hier auch für lukas alle kerzen sind hier drunter unter diesen dünnen band vier stunde sind für short eine stunde sind für short eine stunde sind für short 30 sind für short 15 sind für short fünf minuten sind wir auch short und auch hier geht es weiter richtung süden mit den tech werten den s&p 500 daily short vier stunde short stunde short 30 short 15 short auch hier alles alles short 4 stunde short daily long daily long 4 stunde short 30 short 15 short und 5 minuten plus minus 0 der letzte markt ist bitcoin und bitcoin hatte gestern auch feiertag ich mache scherze aber da war nichts ist nichts los daily basis auf bitcoin short 4 stunde auch short stunde short 30 short 15 short und 5 auch short kommen wir zu ethereum isa daily short vier stunde short stunde short 30 short und 15 auch short so dass die vorbereitung es ist 8 41 wir sind also in der falle in der box wir haben unseren plan unsere struktur ihr wisst big number nochmal zum spiel regeln ja die big number jetzt die 15 9 treten wir dreimal wenn der trade in gewinn gelaufen ist versuchen wir das level nochmal zu treten das ganze bei der big number dreimal wir ziehen ab den also wenn der markt und statistische uhr wo es am besten läuft zwischen 9 und 9 40 ja bis dahin wollen wir rocken roll machen und ab auf der 10 uhr auf der 10 uhr session sollten wir ein bisschen aufs gaspedal nicht drücken sondern und dann die geschwindigkeit rausnehmen das heißt das risiko auch geringer fahren das heißt auch hier das risiko auf der linken seite mit der vola box ja die jetzt mit 0,05 ist würde ich ab 9 uhr 40 dann wieder revidieren und wieder normales risiko eingehen also geringeres risiko so lange rede kurzer sind wir sind short im ersten trade dass die zielmarke liegt bei 77 80 angepasstes ziel und das bedeutet das gewinn ziel ist ein bisschen dichter jetzt dran das ist immer so ein bisschen die hälfte der bewegung schauen wir mal ob der trade der eröffnung straight in den gewinn läuft 8 43 bis so wir stehen kurz vor dem landeanflug also 87 82 ich wollte mir jetzt kurz einen kaffee holen also 8 uhr 46 ja eröffnung straight short und jetzt haben wir die nächste box big number ist gleich wieder die erste big number so jetzt nochmal für die club mitglieder würde um 60 bei 60 jetzt wiederum die vola box reinkommen würden wir das nicht mit großen risiko traden warum nicht weil wir dann nicht die 40 punkte haben das heißt wir gehen jetzt hier auch wieder auf 0,08 schauen wir mal also ich wünsche den youtube dann natürlich die auf auf youtube uns verfolgen einen noch erfolgreichen handelstag wir machen hier weiter das war der eröffnung straight ich glaube wir sind jetzt auf der road zu den 1100 trades dem wir jetzt in folge hier aufzeichnen und ja wir im club machen weiter bis morgen